Ja! Oh shit, ich hab eine Flagge, richtig, Digga! Der Kamerad bisschen kotzt mit hoch. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Der Elmany des Vertrauens ist am Start, Freunde. Heute spielen wir Among Us, aber wir haben die Elmany-Rolle. Und mit dabei ist heute unser Polizist, Wegunness. Digga, heute bin ich 31, heute bin ich immer. Warte, ich erkläre euch das eben kurz. Ich bin der Elmany, ich darf beobachten. Wenn ich irgendwen herausfinde, der nicht politisch korrekt handelt, der kriegt eine Anzeige, dann gehen wir vor Gericht und der Polizist muss dann entscheiden, ob die Anzeige genehmigt wird. Und wenn sie genehmigt wird, voten wir die Person raus, Freunde. So ein bisschen auf Joke-Basis, okay? Weil die Elmany, ihr wisst, die hauen immer Anzeigen raus und so. Okay, wir haben einen Poster, Freunde, es geht los. Wir mussten einen gerade rausschneiden, weil eine Regel nicht ordentlich von mir gemacht wurde. Jetzt können wir aber ganz normal loslegen, ja? Herr Polizist! Ja, Jimmy! Sind Sie Haram-Polizist oder nicht Haram? Willst du mich bestechen, Bruder? Willst du mich bestechen? Willst du mich jetzt schon raus? Soll ich dich bestechen? Ja, Bruder, kannst du bestechen? Ich bin, du weißt, ich verkauft. Ey, was geht, Haribi? Was geht? Aber womit bestechen, Elmanis? Du fragst einen Kerner, womit du ihn bestehst? Schweinefleisch! Nein, war natürlich ein Spaß. Okay, Freunde, ihr wisst, der Elmany, der zeigt Leute an, wenn sie irgendwas falsch machen, ja? Was nicht, was unpolitisch ist, wird angezeigt. Was gegen die Regel ist, so ein Ding ist das. Dadurch, dass wir nur einen Impostor haben, muss der Impostor sich natürlich auch ein bisschen beeilen, weil die Leute hauen hier die, 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 die Task raus. Mir ist das Wort nicht eingefallen. Die, 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 kurz Dings mit Aliens gesprochen. Alles gut bis jetzt. Der Elmany... Der Elmanis war gerade immer bei mir, bei Security, Digga, und hat erstmal abgecheckt, was dir geht. Also, komm, mir schon ein bisschen sus. Security also. Purple, Digga, du hast dich schon ein bisschen verdächtig gemacht. Okay, dann der Elmanis mal auf dem Weg dahin und guckt sich das Ganze mal an. Aber erstmal, gehen wir den Edwin rein. Ah, hier ist nix. Leute machen ihre Aufgabe. Jemand ist an den Camps. Ich bin das, Bruder. Achso, okay, ich wollte gerade sagen. Da wäre die erste Anzeige gewesen, sage ich euch. So, Mikael macht seine Aufgaben. Oh, legt es aus. Oh, Leipzig. Aber der Elmanis da, Freunde. Der regelt das. Ihr braucht nix tun. Alles ganz easy. Boah, der Nächste, der einfach ran... Ah, nee, er macht Kabel. Ich habe, glaube ich, eine Anzeige. Ich muss jemanden anzeigen. Okay, okay. Callst du dafür ja, ne? Ja, ich gehe zum Call. Aber ich glaube, wir haben nur drei Calls. Ich habe wieder falsche Einstellungen gemacht. Fuck. Oh, nee, nee, nee. Brauchen wir nicht. Ich habe eine Leiche gefunden. Oh. Oh, 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 oh. Bin gut sauer. Wen hast du auch verdacht, woran sagt? Warte, warte. Jemand war links von mir. Ich habe es nicht gesehen. Jemand war links von mir. Und wo er mich gesehen hat, direkt wieder runtergelaufen. Wo genau war das? Wer war das? Der Elmanis fragt gerade, ob wir hier ehrliche Personen haben. Weil das Ding ist, das war schon ein bisschen komisch. Hm. Was macht die Person? Sagt sie, sie war da oder nicht? Sonst muss ich raten. Hat jemand... Haben wir andere Zeugen vielleicht? Ah, warte. Ich war neben dir, aber vorher eleckt. Ja, Juli, dich wollte ich eigentlich anzeigen. Weil du bist erst rechts zur Task gegangen und dann aber nach links. Das heißt, du hast einen unnötigen Weg gemacht. Das war politisch nicht korrekt. Und jetzt warst du noch in Admin links von mir. Bist aber dann wieder runtergelaufen, wo du die Leiche gesehen hast. Dementsprechend, Anzeige ist raus. So ein Ding ist das. Jetzt muss der Polizist entscheiden, ob er die Anzeige annimmt oder ob er sagt, na, die Beweislage ist nicht so eindeutig. Wir sind ja Gott sei Dank ein Armager hier. Also haben wir ja ein Rechtsstadion. Nee. Also Juli, willst du noch irgendwie Zeugen rufen, die irgendwie dich hier verteidigen können oder so, Bruder? Das wäre eine Idee. Hast du irgendwas? Bruder, du weißt es auch, ne? 10 auf Paypal, André ist raus. Will meine Meinung sagen. Ja, das hättest du in der Zeit, wo du das schon sagst, stimmt nicht. Und will meine Meinung sagen. Hättest du schon in der Zeit deine Meinung sagen können, oder nicht? Juli war am Ende electrical. Würde das passen, André? Nee, ich habe ihn doch gesehen. Er hat doch selber zugegeben, dass er bei mir Admin war. Ey, Philippus, da schreibt, Juli war am Ende electrical. Ich dachte, ich habe eine Task rechts. Du dachtest. Also davor war er in electrical. Ich habe ihn auch gesehen. In Among Us gibt es nicht so etwas wie, ich dachte, ich habe da eine Task. Bruder, machst du deine Map auf und gehst da hin. Also Juli, damit hast du dich gerade leider selber ins Knie geschossen. Anzeige ist raus und Anzeige ist bestätigt. Sagst du? Warte kurz, habe ich hier irgendwas, was ich auf den Tisch schauen kann? Hier, Bruder, raus mit dem Ale. Mal gucken, Digga, wer es war, Bruder. Wenn du mir jetzt direkt in der ersten Runde geholt hast, dann bist du eine von diesen und dann bin ich der Ultra, Alpha-Kevin bin ich dann. Ist so. Okay, das ist sad. Aber das Ding ist, ich habe in electrical noch jemanden gesehen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer das war. Das hat doch gerade jemand behauptet sogar, dass er es war. Orange, oder nicht? Orange war auch in electrical, aber es heißt nicht, dass der Kill war. Bis jetzt, alle machen hier politisch korrekte Aufgaben. Der Mann ist wieder unterwegs. Oh, Rosi, was war das? Links und rechts gelaufen? Ich glaube, das ist eine Anzeige wert. Oh, shit. Erstmal nach rechts, dann wieder nach links. So ein Ding ist das. Das Ding, mir fällt gerade ein, Bruder, warum bin ich in die Zimmer? Komm, ich bin doch über. Anzeige ist raus. An Rosi. Sie wusste nicht, was sie machen soll. Läuft links und rechts die ganze Zeit. In Deutschland musst du funktionieren. Acht Stunden am Tag arbeiten. Sonst bist du kein Mensch. Darf ich reden? Ja, natürlich. Okay, also um die Situation zu erklären. Ich bin gerade aus electrical rausgelaufen und da stehen geblieben, weil ich aufs Amo gewartet habe. Weil ich die ganze Zeit mit ihm direkt gechillt habe. Und er hat ein bisschen länger gebraucht. Deshalb habe ich gedacht, ich warte auf ihn dort. Okay. Aber warum chillt ihr die zusammen die ganze Zeit, ist die Frage. Verstehe ich nicht, ne. Mit wem war es nochmal? Mit Samu. Rosi hat sich jetzt alleine verteidigt. Also Rosi hat zu Spisches gemoved, habe ich verstanden, okay? Ja, so ein bisschen links und rechts. Ihre Behauptung ist, dass sie mit jemandem die ganze Zeit war. Das smarteste Play, was du eigentlich in der Manga machen kannst, ist bei einem das Vertrauen aufbauen und immer Rücken zu haben. Also Rosi ist das irgendwo verdächtig. Aber ich glaube, ich muss ehrlich sein, für mich ist das nicht Verdacht genug. Okay, die Anzeige wurde abgelehnt, leider. Aber ich habe es auf Bewährung, ne. Auf Bewährung, okay. Das Ding ist, wer war das nochmal, wenn du verdächtigt hast? Das war Rosi, ne. Oder wer war das? Na, nicht verdächtig. Ich habe nur eine Anzeige rausgehauen. Aber ich habe ein Auge drauf. Ich habe ein Auge drauf. Ja, ist auf Bewährung. Du musst mal ein bisschen rumlaufen. Weil die laufen auch zusammen rum die ganze Zeit. Vielleicht haben die sich abgesprochen. Oder vielleicht waschen die Geld. Wir dürfen aber nicht vergessen, vorher wurde Fresh Julie auch gedingst. Wie soll ich das sagen? Von jemandem gedeckt. Wer war das nochmal? Orange. Den dürfen wir nicht vergessen. Der Manny geht mal kurz in die Camps, Freunde. Und guckt mal nach, ob hier alle auch wirklich ihren Job erledigen. Ganz, ganz entspannt. Jeder macht hier seine Sachen. Bin immer noch in den Camps. Und es war so klar. Hast du was gesehen? Das Ding ist, ich sehe eine Leiche. Ich reporte die aber nicht. Das Ding ist, wäre ich jetzt ein normaler Spieler, würde ich jetzt einfach weiterlaufen. Weil ich bin der Einzige, der jetzt selber Sus ist. Weißt du, wie ich meine? Ich habe niemanden. Ich war in den Camps. Ja, aber du bist ja safe nicht, Bruder. Du bist ja mein El Manny hier, ne? Der gute Bürger. Ich darf keine Leute killen. Ich bin der El Manny von allen El Mannys. Imagine, du bist es und nimmst uns alle gehopst gerade. Also, ich schwöre auf alles. Ich habe keine Hex an. Wie gering wäre die Chance, dass ich Imposter werde? Das ist eher unmöglich, Digga. Ich habe euch schon mal gesagt, das ist bei mir kaputt. Okay. Das Ding ist aber, wollen wir die Leiche reporten? Weil wir haben keine Beweislage. Heißt du, aber was du jetzt erfährst? Also, die Leiche ist trotzdem eine gute Information gewesen, weil Rosi es nicht gewesen sein konnte jetzt. Hast du sie gesehen? Die ist safe. Ich habe sie verfolgt. Oh ja. Okay. Also, die Anzeige wird aufgelöst. Sam und Rosi sind, glaube ich, für mich jetzt safe. Die haben sich gesichert. Okay, okay, okay. Das ist gut zu wissen. Das ist ein guter Burger hier, ne? So. Dann aber, wir haben ja noch andere. Erik zum Beispiel. Dann haben wir noch Lepus Orange. Der hat vorher Fresh Julie gesagt, dass er da und da war, obwohl das so in dem Zusammenhang nicht gestimmt hat. Weißt du, was ich sagen, Bruder? Ich merke dir meine Worte fürs Later, okay? Ich habe immer noch ein Gefühl, dass es Purple ist. Mein Personal Ding. Lil Izzy, sagst du? Ich laufe dir mal ein bisschen hinterher. Oh, oh. Lil Izzy hat gelaggt. Das ist eine Anzeige, Freunde. Der hat einen Hyping. Das ist eine Anzeige. Das geht gar nicht. Wir haben alle in Deutschland gutes Internet. Und das WLAN ist auch gut. Ja. Lil Izzy, Statement zu, dass sie gelaggt haben in dem Spiel. Äh, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir auf amerikanischen, beziehungsweise nordamerikanischen Servern spielen. Okay, damit hat er mich gepackt. Wenn wir in Europa sind. Damit hat er mich gerade genutzt, Freunde. Also, ich muss sagen, jemanden für schlechtes Internet zu anzeigen, ist für mich auch irgendwie ein bisschen sonderbar. Deswegen, äh, WLAN hat es noch mal gesagt, Bruder? Hast du Erik nicht gerade noch gesehen? Jetzt ist er tot. Erik ist tot. Nein, 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 nein. Ich habe nicht Erik gesehen. Ich bin Lil Izzy hinterher gelaufen. Das kann Lil Izzy auch bestätigen. Ich war ein ganz normaler Mensch. Ich habe niemanden umgelegt. Ich bin die ganze Zeit Lil Izzy hinterher gelaufen, bis ich ihn angezeigt habe. Der El Manny ist fein raus. Das Ding ist, André, wir sind hier in Almeida. Ich muss hier irgendwo noch fair handeln. Ja. Also, fürs Internet laggen, äh, Anzeigen ist für mich nicht so akzeptabel. Also, ich würde schon veranordnen, dass du dich auf, äh, 5 Metern Lil Izzy nicht mehr lernen darfst, so. Okay. Wir machen das so. Lil Izzy. Ich ziehe meine Anzeige zurück. Ja, ich mache den, ich mache den Alpha El Manny. Weil meine Aussage war falsch. Er hat gelaggt, weil wir auf NA-Server waren. Hat er gut erklärt. Wer, warte mal. Dann ist Izzy vom Ding her safe. Ich bin safe. Und Burak ist safe. Das heißt, es muss, Rosi und Samu sind eigentlich auch safe. Weil die laufen die ganze Zeit Hand in Hand rum. Also, muss es orange sein. Das wäre schon ein stärkeres Argument gewesen. Es muss orange sein. Ich will auch nichts sagen, aber die Tars sind auch halt fast fertig, ne? Also. Ja. Ne, Flipus läuft mir hier hinterher die ganze Zeit. Wenn ich gleich sterbe, dann bin ich es. Was ist denn der Izzy, der verdächtig, ne? Der sieht schon aus wie so ein Outback, Digga. Ich verfolge den mal ein bisschen. Ja, verfolge den mal ein bisschen. Er ist jetzt unter Polizeischutz auf. Alles ganz entspannt. Der El Manny fühlt sich gerade ein bisschen beobachtet und bedrückt. Der wird verfolgt die ganze Zeit. Das ist auch eine Anzeige wert, Flipus. Also, entspann dich mal ein bisschen. Aha. Wer ist in den Camps? Wir gehen da jetzt mal hin und gucken. Weil das Ding ist, wenn du deine Aufgaben nicht fertig hast, dann darfst du auch nicht in den Camps chillen. Boah, ich kann das auch kurz für dich checken. Nein, das habe ich aber den Izzy verloren. Ich bin da. Ah ja, Rosi. Und ich, ich, er, ich er, Rosimus, heißen die. Ich, ich, was? Ja, ich weiß auch nicht. Okay. Es fehlt aber immer noch ein Balken Aufgaben. Ich glaube, dass, Burak, du bist der Letzte, dem die Aufgaben fehlen, oder? Ich habe meine erledigt. Herr Polizist, erledigen Sie bitte Ihre Aufgaben, weil Sie sind der Freund und Helfer in Deutschland. Digga, wofür habe ich meine Sklaven hier alle? Digga, das war echt Big Rame. Aber währenddessen hat der Ding jetzt jetzt Zeit. Oh, oh. So, wir gucken mal in Admin rein. Ich bin Admin, Electrical 2 und Security 2. Burak, wo sind Sie? Ich war gerade Electrical. Und da war Lepus mit mir. Lepus war mit dir alleine. Aber er darf dich auch nicht killen. Ja. Vom Ding her. Na, da laufen wir mal ein bisschen Lepus hinterher. Du bist kein... Nee, 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 nee. Du bist kein guter Bürger gerade. Du machst gar nichts. Gar nichts. Uh, der Imposter ist smart, Digga. Warum? Ich glaube, er hat doch Communications-Jumms gerade, oder? Nee. Lepus ist ganze Zeit am Wend hin und her gelaufen. Lepus hat gar nichts gemacht, ist zum Tisch gelaufen. Anstatt dem Polizisten, dem Freund und Helfer mitzuhelfen. Da war eine Leiche. Er wollte mir zeigen, dass da eine Leiche ist. Okay, und wer ist gestorben? Der Imposter ist echt nicht smart. Lepus war der Verdächtigste, er killt ihn einfach. Ja, das war auch nochmal dumm, by the way. Wenn ich hier als Richter spreche und mal alle Tatvorwürfe hier zusammenwerfe, Rosi und Samus waren zusammen, okay, sind safe. Wir beide sind auch safe. Also gibt es nur noch eine Option. Dann gibt es nur noch Lepus. Jungs, der zeigt Lepus an. Ich bin korrupt. Aber das Ding ist, ich habe ihn ja eben angezeigt. Zwar für eine andere Sache, aber im Endeffekt kannst du die Anzeige durchgehen lassen. Ich zeige ihn einfach an, dafür, dass er dich angespuckt hat. Okay, du hast mich angespuckt, Lepus. Raut, raus, raus. Okay. Raus. Es kann nur noch Lepus sein oder es ist Brudak selber. Und er verarscht uns alle. Digga. Mensch, die ganze Aufnahme haben es genommen. Der Mann ist überfordert, Digga. Ich habe den ganzen Tag aus dem Fenster geguckt und wollte irgendwelche Leute beleidigen, aber es hat nicht geklappt. Aber Bro, die sind die ganze Zeit zusammengelaufen. Ich schwöre, wenn ich einer von den beiden wäre und das sind die Anzeige befreundet, ich schwöre, ich würde dem nie wieder vertrauen. Das ist echt so, ne? Warte, wenn er einen umlegt, André, ist es vorbei, oder? Oh, oh. Die beiden chillen gerade auf dem Wendt. Die beiden chillen gerade auf dem Wendt. Der Elmany guckt zu. Okay. Ich weiß nicht, warum du das gemacht hast, Samu. Das war unnormal reingeschissen, Digga. Ich stand doch genau neben euch. Hä? Er hat gedacht, wenn er einen killt, ist er wirklich vorbei. Entweder so oder er macht jetzt gerade diesen... Er macht jetzt gerade diesen... Oh nein, André war's, Digga. Obwohl er selber gekriegt hat. Calipo, du bist es, du Wichser. Ey, André, du bist es. Digga, das ganze Video würde doch keinen Sinn machen. Du würdest die ganze Aufnahme lang mit unserem Gehirn gespielt haben. Hm. Also es ist gerade Aussage gegen Aussage halt, ne? Ja. Boah, schwierig, schwierig. Aber, Digga, wenn ich mal jetzt... Wenn ich Imposte habe, würde ich doch nicht so einen dummen Play machen. Weil das Problem ist, die laufen die ganze Zeit zusammen rum und du warst ja nicht da. Das heißt, es kann ja nur noch ich gewesen sein, denn vom logischen Aspekt her. Also, ich will ehrlich sagen, mein Verstand, mein Dingens, mein Instinkt sagt mir, du bist es irgendwie. Aber, weil es halt nicht viel Sinn ergeben wird und die Tatwürfe eher für Samen vorliegen wird, die Samen. War die richtige Entscheidung. Digga, wenn er es wirklich ist, ne? Und der bis zum Ende nicht unabrückbar klar war, Digga. Der kriegt sofort einen heftigen Rang auf Discord von mir, Digga. Ah, es war so klar, Bro. Digga, der Imposte-Ill-Manny ist an den Start. Das ist der 31er, Digga. Ich hab doch gesagt, mein Instinkt hat immer recht, Bruder. Das Ding ist, ich nenne die Aufnahme jetzt nicht neue Rolle-Ill-Manny, sondern 31er, Freunde. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Gebt meinen Creator-Code in Fortnite ein. A-N-T. Ihr supportet mich damit immer noch, obwohl wir nicht mehr so viel Fortnite bringen. Danke an Brudak fürs Mitmachen, Freunde. Checkt gerne meinen Twitch unten im Kanal ab. Ich weiß nicht, worum ich so viel rede, Digga, kein Video zum Morgen. Ciao.